Herzlich Willkommen zur letzten Zimmer-Duell-Folge aus dem Sommertrainingslager. Heute mit Asta Brangs und Micky van de Ven. Hallo ihr beiden! Hallo! Dann fangen wir an mit der ersten Frage. Wer von euch ist schneller? Erster Punkt, sehr gut. Hey, wird schnell. Gut, Junge. Wer von euch hat mehr Paar Schuhe im Schrank zu Hause? Boah! Zweiter Punkt. Ja! Wer von euch ist denn der schlechtere Verlierer? Kein Punkt. Ey, du facka. Ey, facka mich ja auch. Wer von euch gibt mehr Geld aus? Dritter Punkt. Wer von euch macht lieber Yoga? Ja. Ja, Mann. Das, das, das. Mh. So, so. Mh. 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 Das ist der nächste Punkt. Sehr gut. Das ist sehr lecker, ja. Wer von euch ist die größere Schlafmütze? Punkt. Sehr gut. Lecker, Scheche. Das ist gut, ja? Wie viele Punkte? Sieben. Hast du mitgezählt? Ja. Okay. Wer von euch ist denn romantischer? Das ist keine Frage, Mann. Okay, sehr gut. Nächster Punkt. Wer von euch meckert mehr? Kompläne, Mann. Micky, die meisten. Nein, nein, nein. Die meisten. Sehr gut. Punkt. Wer von euch bekommt mehr gelbe Karten? Ich denke, das ist... Kein Punkt. Ich habe beide euch selbst genommen. Wer kann denn besser kochen von euch? Es ist easy. Komm, Aste, es ist easy. Punkt. Sehr gut. Wer von euch verteilt mehr Autogramme? Oh. Ich weiß nicht. Ja, komm. Was noch gespielt, Mann? Kein Punkt? Ein Pü-Püree. Letzte Frage. Wie viele Punkte habe ich? Elf. Elf? Elf? Glaube ich nicht. Zehn? Drei, zehn. Wer von euch muss öfter in die Mannschaftskasse zahlen? Oh, ey, das ist eine leichte Frage. Ja, sehr gut. Ja. Wofür? Was musst du... Wofür musst du bezahlen? Wir wissen, wir wissen nichts. Wir wissen... Wir wissen das nicht. Gute Frage, aber wir wissen nichts. Ja, sehr gut, dann sind wir durch. Zehn Punkte, glaubst du? Nein, zwölf. Oder zwölf? Ne, so viele waren es nicht. Okay, okay, zwölf. Ich glaube, zehn könnten sein. No, zwölf. Ich glaube, Platz zwei ist okay. Aber Platz zwei ist okay. Ja. Ja.